Bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion in der Hauptstadt von El Salvador sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden nach Polizeiangaben zudem bei dem Unglück in San Salvador verletzt. Demnach lösten Fans die Massenpanik aus, die versuchten in das Stadion zu gelangen, um ein Fußballspiel zu sehen. Das Spiel wurde unterbrochen, um die Zuschauer in Sicherheit zu bringen. Hunderte Polizisten und Soldaten waren im Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017